Sieh dir die Frau dort an. Ich wette, die war sicher hübsch, als sie jung war. Mit der Zeit ist sie dem Koks verfallen, weil sie so ein gutes Gefühl dabei hatte. Heute sieht sie in einer Einzimmerwohnung dahin und wartet darauf, dass der Aids-Test, den sie gemacht hat, hoffentlich negativ ist. Man fragt sich, was zu... Ihr wisst, John, dass ich euch hören kann? Freunde finden mit Dennis. Hint fort mit Ihnen, Sie abscheulicher Mensch! It's Always Sunny in Philadelphia. Montag bis Donnerstag, 0.30 Uhr auf Comedy Central Plus 1.